Tobi, das ist ja das nervigste Modpack aller Zeiten. Und, was ist das hier? Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal, die Augen. Oh Gott, was ist das? Das Modpack hat meine Computer zum Absturz gebracht. Ey, wir sind die schlechtesten Minecraft-Spieler der Welt. Hallo Leute, ich bin's nochmal. Ich streame jetzt ab 18 Uhr. Los geht es mit Reacts. Danach spielen wir GTA-Rollplay. Kommt alle vorbei. Ich freue mich auf euch. Man spielt einfach zu wenig Minecraft in seinem Leben. Genau. Minecraft. Wenn alle Leute draußen sind, bin ich drin und spiele Minecraft. Und wenn alle Leute drin sind, bin ich auch drin und spiele Minecraft. Hammer. Wir spielen zusammen Minecraft. Tobi hat heute was ganz Tolles vorbereitet. Tobi, willkommen zu dir. Was zum Teufel? Willkommen in meiner Welt. Was? Was ist das denn für ein Scheiß, Alter? Moment. Sobald ich mich einen Block bewege, kriege ich... Sobald eine Koordinate für mich verändert wird. Ob es Y, X oder Z ist. Nein, halt das Maul. Du kriegst ein Item ins Inventar. Okay, Leute, stopp. Lauf mal. Lauf mal los. Komm. Digga. Bruder. Komm mal her. Wir können uns einfach aussuchen, was wir wollen. Guck. Ich hab schon ein Ender-Portal-Frame. Okay, warte beim Stehen. Ja, Moment. Ich hab voll viel Werkzeuge schon bekommen. Ah. Diamantblöcke. Diamantblöcke. Ah. Au. Tobi, das ist ja das nervigste Mod-Pack aller Zeiten. Ach, Digga. Du kannst nie im Leben irgendwas schaffen hier. Was ist das denn? Okay, stopp. Wie soll man das durchspielen? Ja, das ist eine Frage. Also pass auf, man könnte natürlich so lange rumlaufen, bis man einen Ender-Purse oder so hat. Ich hab zum Beispiel ein Bett bekommen. Das kann man gut nutzen. Bruder, aber du kannst ja... Bist du wahnsinnig, Junge? Gast. Und, was ist das hier? Warte mal, guck mal, guck mir mal die Augen. Oh Gott. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was haben wir hier? Das ist ja das stressigste Mod-Pack aller Zeiten. Willkommen, es ist kein Mod-Pack. Es ist ein Data-Pack. Es ist absolut anstrengend. Guck mal, schnell. Was? Da, guck mal links. Hä? Er greift mich echt nicht an. Ah, nein. Nicht das Essen wegnehmen. Tobi, bitte. Alles gut. Töt ihn, töt ihn. Digga, er ist mein Kollege. Töt ihn doch. Töt ihn doch. Es passiert nichts. Hä? Töt ihn. Es passiert echt nichts. Achtung, Silvester. Ja. Schneidespawner. Oh, lol. Den hättest du natürlich nicht hinbleiben dürfen, du Affe, Alter. Doch, für Essen. Warum? Ist doch perfekt. Ey, Digga, es laggt schon mittlerweile, ne? Ich hab ein Panda-Spawn, ey. Digga, was geht hier ab, Alter? Man lernt richtig neue Welten hier kennen. Lass uns gucken, dass wir hier irgendwo ein Village finden. Das ist das Wichtigste erstmal. Wie sollen wir den... Hier ist einfach ein Fisch gespawnt auf einer Holzplatte. Was? Das war ich nicht. Der ist einfach auf der Holzplatte gespawnt. Eigentlich, Bruder. Ich hab ne Idee. Was? Wir müssen doch jetzt nur so lange rumlaufen. Pass auf, ich hab jetzt ne Enderperle. Und die stacken sie jetzt in meinem Inventar. Das heißt, ich muss jetzt so lange rumlaufen, bis ich einfach Enderperlen hab. Richtig. Los geht's. Ich hab noch ein Endportal-Frame gerade gehabt, Tobi. Ich hab doch eben schon mal... Was? Ach, hat sie gesetzt? Ganz am Anfang eins, ja. Och, Digga. Ja, aber wie können wir da zurücklaufen? Komm, wir erkunden einfach ein bisschen die Welt. Ah! Endportal-Frame. Ich hab auch noch einen. Okay, wir müssen uns einfach alles stacken. Dann ist die Chance gar nicht mehr so gering, dass wir die Items bekommen, weißt du? Ja, Bruder, das dauert ja ewig, Alter. Ja, wir können ja so lange trotzdem versuchen, normal durchzuspielen oder so. Das Digga, das können wir vergessen. Oh, hier ist ein Enderauge. Real Talk? Okay, Bruder, ja, ich hab eins. Ich hab Enderauge. Ja, das reicht doch nicht. Hier ist ein verzauberter Stock. Debugstick. Debugstick. Ich hab ein Dia-Schwert. Ich auch. Jemand-Helm. Bruder, wir... Nein, OP-Apfel! Was? Ich hab ein OP-Apfel gefunden. Digga, wir haben... Ja, der Enderauge ist dead, Alter. Der kann gar nichts mehr machen. Weg mit dem. Der Server ist so am strugglen, Alter. Der Server ist so krank am strugglen. Geil, ich hab vier. Bruder, es geht los. Wir haben es geschafft. Bald sind wir im End. Das wird, glaube ich, sogar ein erfolgreicher Speedrun. Komm schon, gib die Suppe. Gib die Suppe. Gib meine Suppe. Digga, ist einfach so ein Disrespect gegenüber dem Enderdrachen. Er denkt sich so, ihr könnt hier nichts machen. Aber Mom, wir haben Elytra. Mom. Wie soll denn so ein Modpack überhaupt funktionieren? Ock, Digga. Ehrlich gesagt. Absolut gar keinen Plan. Ich esse gerade vier Stunden. Wir können dem Enderdrachen mit einem Namenstack benennen. Hä? Warum? Warum sollten wir das tun? Ja, du hast recht. Alter, Digga. Ich bin ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das wird zu sehr lecken. Wie sollen wir den Enderdrachen unter den Legs töten? Das Modpack hat meine Computer zum Absturz gebracht. Digga. Mein PC ist gecrashed wegen diesem Modpack. Tobi, wir TP'n uns jetzt ins End. Sonst, ich will jetzt nicht nochmal spielen. Es tut mir leid, Leute. Aber das ist hier gerade einfach too much. Mein PC ist einfach gecrashed. Ah, okay. Ah, wir sind drauf. Okay. Ab jetzt machen wir Survival. Komm her, warte. Ich habe noch nie Elektra für dich. Komm. Ja gut, let's go. Wo ist der Raum? Okay, Digga. Kein Plan. Ich hasse es, es hier zu suchen, Alter. Ab hier. Nope. Ja, genau da. Wo ist dieses Sch***-Portal? Ich glaube, ich habe es. Echt? Nein. Mann, ich war auch in so einem Raum, Alter. Hier ist es nicht. Es gibt ja Strongholds ohne Portale, Tobi. Nee, oder? Doch, gibt es auch. Dann bauen wir uns. Bau einfach jetzt ein Sch***-Portal auf. Mir reicht es jetzt. Bau ein Portal einfach. Legen diese Sch***-Drachen jetzt noch. Ist es richtig so? Ich glaube schon. Mir fehlt eins noch. Ist das falsch? Ja. Ecken weg. Hä? Hä? Dreimal drei, aber Ecken weg. Dreimal drei, Ecken weg. Hä? Die Augen von innen. Was? Die Augen von innen. Ah, da drunter muss Lava, glaube ich. Ah, du musst in der Mitte sitzen stehen, Tobi. Aber trotzdem muss da drunter Lava, glaube ich. Du musst in der Mitte stehen. Hier, so. Nee, da muss keine Lava drunter. Digga, wir sind so Autism. Du musst dich von innen setzen. Ah, das ganze Portal, auch die Finger hier, oder was? Digga, was ist das für eine Kunst hier, Alter? Ah! Ich habe eine Enderpeile, und du? Ich auch. Okay, lass uns hier hochgehen, und dann... Okay, wir müssen es auf ein Turm, wir können immer hin und her fliegen. Ja. Alter, ist das dumm. Ist das dumm, Junge. Oder ich baue mich gar nicht mit irgendwelchen Blöcken hoch, die ich hier bekomme. Oh, ich habe eine Ambrust gehabt. Digga, ich habe mir auch den höchsten Turm hier ausgesucht, wo ich mich hoch bauen will. Das ist ja gar nicht so dumm. Der Enderdrache kommt. Weil ich Turm, ich baue mich ganz hoch. Au, was? Der hat mir irgendeinen Strahl auf mich gemacht. Ah! Nein, ich habe verkackt. Was denn? Ich habe so verkackt, Alter. Ich bin so dumm. Ich habe einen Zombie gespawnt, ich Idiot. Und der hat mich dann runtergenockt. Natürlich habe ich auch keinen Wassereimer dabei. Digga, das ist doch Elytra. Brauchst du nicht. Ja, aber ich muss doch irgendwie da hochkommen. Bro, wir hatten gerade Enderperlen, ich habe meine weggeworfen. Wir sind so lost, Tobi. Ey, wir sind die schlechtesten Minecraft-Spieler der Welt. Scheiße. Guck mal, Basti. Die GRG würde dafür 10 Minuten brauchen. Digga, Basti GRG wäre jetzt schon fertig. Der würde schon am Esstisch sitzen mit, weiß was ich wem, wäre jetzt hier schon... Aha! Ich habe eine Idee, ich habe eine richtig gute Idee. Achtung, jetzt wird es verrückt, jetzt wird es verrückt, jetzt wird es verrückt. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Der krüppligste Endfight jemals. Digga, vor allem, wie sie aussieht. Aber jetzt, Leute, jetzt kommt ein 10.000 IQ-Move. Achtung, Achtung. Ich stack mich hier gerade so richtig eklig hoch. Lol, was? Digga, was machst du da? Ich gehe jetzt, Tobi, ich gehe jetzt alle diese Dinger wegmachen. Okay, warte, ich muss zu dem da rüber erstmal. Das schaffe ich ja. Oh Gott. Hey! Nein, ich bin Crossbow. Meine Lystra haben nicht funktioniert. Hey! Ach, Digga, was ist das hier? Das ist der chaotischste Endfight. Ich brauche einen Wassereimer einfach nur. Gib mir einen Wassereimer. Ah! Au! Falschheit! Wassereimer! Komm schon, Wassereimer. Wassereimer, 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 Wassereimer. Gib mir doch den Wassereimer! Digga, was ist das für ein Endkampf, Alter? Das kann man doch nicht Endkampf nennen. Jeder Minecraft-Spieler, jeder echte, hätte gesagt, was soll die Kacke? Hilfe! Ich habe kein Enderman angeguckt, bitte! Bitte greift nicht an. Ich habe doch kein Enderman angeschaut! Die sind alle arg auf dich, Tobi, glaube ich, ne? Auf mich? Ja. Ja, ich habe auch einen geschlagen davor. Wassereimer! Wassereimer! Slash-Game-Mod 1. Verdammt! Sonst ist das nicht möglich, Tobi. Sonst dauert das hier Jahre. Wasser fließt nicht mal. Warum? Weil es leckt. Oh! Und jedes Mal, wenn ich mich bewege, kommen noch mehr Blöcke in mich reingespült. No sexual. Ich habe einen abgebaut, ein Ding. Ich habe schon zwei abgebaut. Cool. Wo ist er an der Stelle? Ich habe noch eins. Ich habe auch noch eins. Oh Gott! Oh! Elf Öfen habe ich. Damit baue ich mich hoch. Der Server hängt sich gerade komplett auf. Mann, es soll aufhören, Items zu spawnen! Es wird nicht aufhören, das ist Data-Pack. Oh ja, oh ja! Sorry, Ender-Drache! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe noch ein Herz! Schnell, Gott, abhör rein! Elytra, flieg! Elytra sinkt! Okay, gut, Tobi, mach den Turm kaputt, mach den Turm kaputt! Wir schaffen es, wir schaffen es! Okay, okay! Nein! Ich bin tot! Oh Gott, ich habe ein halbes Herz! Warum? Weiß ich nicht, weil ich gerade mit Raketen hier durch die Gegend fliege. Uncraftable Arrow, no effects. Schieße jetzt den Drachen. Das hat doch keinen Effekt. Aber es macht Schaden, es ist ein Pfeil. Ja. Er ist einfach nicht abgeschossen. Ja, ich glaube, er ist einfach... Was macht denn das? Okay, komm, töte ihn. Ich habe ganz viele Betten. Nein! Schlag drauf! Au! Ich kann nicht! Wo bist du denn, Junge? Ich suche meine Raketen gerade! Auf, die Schloss, Drachen ist drauf! Nein, ich habe meine Raketen! Ich mache auch den Drachen! Oh, du machst gar kein Damage! Ich mache auch kein Damage, Digga, weil ich auch meine Raketen gesucht habe. Okay, setz Betten, setz Betten. Drei, zwei, eins! Oh ja, nochmal, 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 schnell! Komm, er ist weg, er ist weg! Komm her, du blöder Drachenmann! Ja, Drachenmann, ja! Das Bett brauche ich. Gib mir das Bett. Okay, ich habe noch so viele Betten. Komm, dein Bett, na komm! Das hört dich nicht und du kannst auch nicht reden wie ein Hund. Hey! Das ist der weirdste Ender-Drache, den ich in meinem Leben je bekämpft habe, Alter. Oh, so ein Chaos, Alter. Junge, Drache, hallo! Ey, der soll doch mal kommen jetzt! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er macht diesen Krüppel-Move. Bruder, diese Legs sind so... Digga, dieser Drache ist einfach absolut eingeschränkt im Kopf. Tobi, ich mache das Bett, Achtung! Drei, zwei, eins, go! Ey, den kriegen wir niemals tot, weil der fliegt gleich wieder los, dann fliegt der wieder acht Stunden. Komm her! Bruder, ich bin gleich tot, ich habe ein halbes Herz, ich laufe hier rum. Ich mache dem keinen Schaden! Komm schon! Mann, das ist so ein Autisten! Komm schon! Bitte! Ich bin echt für dich, ich bin tot! Dämlicher Idiot, Alter. Ich hatte zwei Herzen, platzierte Betten. Ach, Gott, Digga, ich kann meine Sachen nicht mehr aufheben. Das ist unmöglich, dass ich jetzt irgendwas hier schaffe. Ja, Digga, der ist so leid, Alter, Alter! Der ist so verpackt, dieser Drache! Digga, der weiß einfach nicht mehr, was er machen soll. Komm schon, komm schon, komm schon! Das ist unmöglich, das zu schaffen. Naja, es gibt da eine Möglichkeit. Willkommen im Game-Mode. Tobi, ich gehe jetzt in den Game-Mode, mir reicht's. Digga, der ist eklig, der, den hätten wir sowieso weggehauen, Alter. Ja, aber wie? Unter welchen Umständen? Dämlicher, Bache, Alter. Hallo. Du kannst dich nicht mehr schlagen, oder? Alle 20 Schläge kommt einer durch. Stell dir vor, Minecraft wäre wirklich so nervig, Alter. Stell dir vor, dieses Spiel wäre genau so. Das würde aber nicht funktionieren, so richtig kacke. So habe ich damals gespielt, als ich auf dem Dorf mit meiner 6000-Anleitung gespielt habe und mein Bruder YouTube geguckt hat. Ja. Boah, Digga, dieser Drache ist der nervigste Drache von allen. Mein Gott, Alter, wir hätten nie im Leben Besiegt gekriegt bekommen. Das ist so richtig, der richtige AfD-Drache, der nur da ist, so zum Nerven, weißt du, zum Stänkern. Der ist schon längst tot? Dankeschön. Ja! So, juhu. Wir haben's geschafft. Der fliegt trotzdem noch weiter, obwohl er sich gerade auflöst. Du kannst nicht mehr fliegen, erinnert Drache. Alter, sind hier viele Items. Moin. Der Drache ist tot, du kannst nicht mehr fliegen. Er kämpft noch, guck mal, er macht das Ding auf den Boden. Du bist tot, hör auf! Okay. Oh ja, da hat er's geschafft. Das ist so seltsam. Digga, das ist voll geil, wie es leuchtet hier. Das ist richtig geil. Oh, Tobi, so viel zu sterben. Alter, ich krieg' einen Anfall. Bitte. Oh ja, ist da. Komm bitte raus. Oh ja. Das war's vom stressigsten Data-Pack bisher. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen und ciao, Leute.